So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe ein Segaler für euch und zwar Siddharth Chattuverdi, ich kann es nicht auch sagen, Traditional Fall Edition, wieder in diesem Briefumschlag. Machen wir den mal auf. Hoffentlich kriege ich den mal komplett auf, ohne da irgendwas kaputt zu machen. Yes. Gucken wir uns an, was wir haben, weil, ja, das habe ich ausnahmsweise nach langer, langer, langer Zeit mal wieder für mich selber erkauft. Thank you for being part of Secret Layer. Weil da eine Karte drin ist, ich brauche. Hm. Denken sich jetzt viele. Hm. Concord and Crossroads. Nee. Äh. Wo ist denn mein, 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 mein Hidden Dreck? Hä? Da waren doch mal zwei so Packs dabei. Das habt ihr doch in einem anderen Video auch gesehen. Ich, äh, ich guck mal. Concord and Crossroads. Ein grünes Mana, alle Karte und haben Eile. Ähm, wurde als eine sehr, sehr teure Karte dann gehandelt, früher. Dann wurde gesagt so, oh, die kommt das erste Mal in voll, die muss teuer werden. Okay. Und dann kam wohl in der Satz ein, der hat gesagt, hä hä hä, Antibatch, wir drucken die auch in Double Masters. Und, äh, ja. Ja. Seitdem ist der Preis nicht mehr so hoch. Spoiler. Dann haben wir die Karte, die ich brauchte. Ghost Quarter. Tappen für ein farbloses oder tappen Opfern zerstörenden Land. Der Beherrscher darf sein Deck nach einem Stahnenland durchsuchen und ins Spiel bringen. Die brauchte ich, weil ich habe immer noch keinen vollen Ghost Quarter für meinen Debt in Texas. Und das hier war jetzt günstiger, als mir so einen Old Border zu kaufen. Beziehungsweise keinen Old Border, halt aus der ersten Edition zu kaufen. Und es ist halt die erste Promo, die wir schon haben. Also musste ich mir das leider holen. Leider Gottes. Aber ganz sicher, ich finde die Artworks sehr cool. Und hier so die Spirits, die dann hier so drüber fliegen. Hier die Spirits, die dann halt hier so eine Gläubige irgendwie mitnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Dann haben wir einen Nomad Ausbrust. Das ist natürlich ein richtiger Zonk. Die Karte kostet halt nichts. Kommt getapptes Spiel, tappen für ein rotes, schwarz oder weißes. Die Karte kostet halt nichts. Die ist halt Müll. Die ist leider Gottes einfach Müll. Und ich verstehe nicht, warum sich die Klärkarten da so reintun. Sie können doch nicht von einer 2-Cent-Playset-Karte, damit Card-Market auch einen Cent verdient, eine Ziggelea-Karte drücken. Das macht doch so keinen Sinn. Das macht den Value hiervon so kaputt, meiner Meinung nach. Dann haben wir eine Insel, was auch nicht so die geilste ist. Ich meine, es erzählt eine sehr süße Story. Es ist auf dem Boot, es ist krank. Irgendwas mit Geistern, irgendwas mit Geistern. Die Insel ist recht hübsch. Muss man sagen, hier unten mit dem Boot und den beiden drauf. Das ist schon hübsch. Das stimmt. Und, ach, das ist... Hä? Noch ein Ghost Quarter. Aber halt... Hä? Ach, das ist unser Hidden Dreck. Oh mein Gott, das ist unser Hidden Dreck. Ghost Quarter in so einem Feinted. In so einem richtigen Feinted. Seht ihr das? Boah, ich weiß nicht, ob ich das hübsch finde. Das Gesicht ist auch anders, oder? Hm. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr einen All-Fall-Texas-Tag spielen würdet und ihr manchmal einen Ghost Quarter reinnehmen würdet, würdet ihr lieber dieses Feinted, wo man halt fast nichts drauf sieht, oder das mit den Colors, was aber nicht ganz so feul ist, reinnehmen. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann kann ich entscheiden, welches ich mein Dreck tue und ich habe noch ein paar andere Meinungen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.